. Können Sie mal auf die Tube drücken? Können Sie mal auf die Tube drücken? Also, im Start, im Leerlauf. Können Sie das mal machen? Das wäre richtig geil. Jetzt geht's ab. Jo! Das ist so lang. Vor allem die alten. Oh, ich will hier alle nehmen. Juhu! Er hat gesagt, mal schauen. Was? Du musst noch nachher zurück, der Bus fährt in 8 Minuten. 5 Minuten. So, dann gucken wir mal auf die Tube drücken, hier. Ich hab dich mit. Bis zum nächsten Mal.